Hallo und herzlich willkommen hier zum Let's Play Together von Landwirtschaft Simulator zusammen mit Minecraft 953 und Kirschi LP. Hallo. Moin, hallo. Ja, dieses Projekt wird simultan auf beiden Kanälen hochgeladen. Wir nehmen beide gleichzeitig auf und dementsprechend kann man beide Sichten sehen. Ja, ne. Wie gesagt, Let's Play Together habe ich hier noch gar nicht gestartet. Ich habe zwar selber schon mal Multiplayer gespielt gehabt, so ist es nicht. Wir müssen uns jetzt aufteilen, sag ich mal, wer was macht. Okay, du hast dich schon hier irgendwo reingepflanzt, du guckst überall einmal durch. Ja, ich sitze schon hier und fange an, das erste Feld zu ernten. Dann würde ich mal sagen, dann nehme ich mir mal den Trigger und hoffe mal, dass ich dich finde. Ja, drück mal I. Und dann, ich weiß leider nicht mehr, wie man die Karte groß macht, aber irgendwie habe ich gerade das Problem. Aber du musst den Anhänger mitnehmen, ne? Ja, den habe ich schon dran. Da habe ich schon. Die Frage jetzt, welches Fake bist du? Ich bin hinten in der Nähe von der Gasanlage. Von der Brauerei. Ich glaube, diese Gasanlage gibt es hier jetzt gerade noch gar nicht, weil du nicht das Platin hast. Okay. Kann man eigentlich zwei drücken? Oder ist das zu schnell? Ja, ich gucke gerade, wie schnell ich häckseln kann, weil ich bin ja hier schon das erste Feld am abernten. Und das mache ich jetzt manuell. Das Problem ist halt nur, dass das gerade mir sehr laut vorkommt. Und ich weiß nicht genau, ob der Sound in dem Sinne stimmt. Das hoffe ich mal. Ja, ansonsten wird jetzt ein paar mal ein bisschen lauter. Ich würde sagen, wir unterbrechen dann gleich irgendwann mal die Aufnahme. Und werden dann einfach mal unsere Aufnahmen mal eben checken. Ja. Aber jetzt erst mal hier so ein Feld abernten. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht, wo du bist. Ähm, ich habe gerade vergessen, wie man die Karte größer macht, ist das Problem. Ich werde jetzt auch nicht alles hier rumdrücken auf meiner Tastatur. Nachher brettert hier... Äh, nee, das war... Nee, 1, 2, 3 sind diese, ähm, Tempomats. Also I ist auf jeden Fall Karte. Wir werden so geframed. Die Karte, die habe ich ja schon an. So ist das ja alles nicht, äh... Auf PS-Shop... Okay, ich werde jetzt noch nichts kaufen. Auf 11 ist Guthaben abgeben. Also da kann ich dir Guthaben geben und überweisen und so. Auf U ist halt den Namen und alles ändern. Okay. Okay, das sind die Standardsachen. Auf PS schreiben. Ich suche, ich suche, ich suche. Na gut. Ich muss mal eben kurz... Wenn nicht, muss ich mal eben kurz meine Karte aus dem Fach holen. Das Problem ist, ich stelle mich dann mal eben hier am Rand hin. Du, ich könnte ja auch mal eben in meinen Landwirtschaftssimulator 2009 gucken und lass einfach so lange den Helfer laufen. Ja, könntest du ja mal machen. Ich hoffe mal, dass es die gleiche Karte ist. Ähm, jetzt nicht von der Karte her, aber da kann ich gucken, wo die Funktionen sind. Weil das sind ungefähr die gleichen. Ah, ich hab den, äh, ich hab das größer gemacht. Frag mich aber jetzt bitte nicht, welche Taste. Ich hab einfach nur mal die Nummer durchgedrückt. Hm. Aber jetzt sehe ich gerade, also beim Einkaufsladen, äh, ich bin gerade beim Farming Shop. Drück mal einfach am besten die Nummern durch. Ich suche gerade. Also, da steht ja 6, 7, 8, 9 oder sowas. Ah, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab auf 9 ist ranzoomen. Ne, wenn du 9 durchschaltest, dann kommst du auch, kannst du auch ganz rauszoomen. Ja, stimmt. Ich bin im unteren Bereich der Karte halt. Im unteren Bereich? Beim Hafen da, oder wie? Ja, nicht ganz, ähm. Unten wo, äh, Twin. Ja, wenn du, sagen wir mal, Richtung, weißt du, wie du zur Burg kommst? Äh, Burg, nö, auch nicht. Hm, dann würde ich sagen, stelle ich jetzt mal eben hier wirklich fest einen Helfer ein und komm eben zu dir und nimm einfach ein anderes Fahrzeug oder so. Oder komm mit einem anderen Trecker gleich angefahren. Der andere Trecker, der steht, ah, jetzt hab ich dich, ich hab dich, ich hab dich. Äh, steig nochmal eben. Steig nochmal eben in den einen Fahrzeug rein, in deinen Miedroscher. Ja, da bin ich jetzt drin. Okay, ich hab dich jetzt grad nicht. Jetzt steig nochmal eben um, weil dann sehe ich... Jetzt, jetzt, jetzt seh ich dich grad, jetzt bist du grad auf dem Hof. Ja, genau. Du musst nach unten fahren eigentlich. Einfach. Also die Karte... Richtung Kompass, oder? Ja, genau. Wenn du Richtung Kompass fährst, dann bin ich... ...am Heckschönen. Ich gehe schon mal nach unten. Die, die, die Leute denken auch, was macht der Junge da in seinem Video? Ja, am meisten, die seht dich ja jetzt gerade bei dir und mich bei mir, ne? Ach. Das heißt, wenn meine Abonnenten mal die andere Sicht sehen wollen, wie er gerade am rumfailen ist, ach, dann schaut mal auf dem Kanal vorbei. Wird einmal im Video bei mir zumindest verlinkt sein und unten in der Beschreibung. Ja, bei mir genauso. Bei mir im Video. Beziehungsweise auch in der Beschreibung. Wir versuchen die Videos immer auch ungefähr... Ah. 15 Minuten zu schneiden, damit wir ungefähr gleichmäßig immer gleich hochladen. Denke ich wäre am besten, ne? Ja. Dass wir uns dann so absprechen, wie viele Minuten gerade unsere Fraps-Parts sind. Und dann schneide ich das halt dementsprechend einfach so. Ja, man sieht richtig, dass du den Helfer angeschaltet hast. Ne, den hab ich im Moment dann aus. Ja, aber wo du den angeschaltet hast, da ist nämlich meine... Die haben ja Geld, so, und das Geld, das verschwindet ja dann. Achso, ja, ja, klar. Das ist normal, aber ich schalte... Also, wenn ich alleine spiele, schalte ich immer Hilfe an. Ja, ich generell eigentlich so auch, aber... Ja, dann... Ja, ich denke mal hier im Let's Play können wir besser alles mal so ein bisschen durchspielen. Ja. Ja. Ich würde aber am Anfang immer sagen, bevor wir uns wirklich das Geld holen... Jetzt sehe ich dich. Bevor wir das Geld holen, würde ich sagen, machen wir das so, wir fahren immer das Getreide oder alles, was wir haben, auf den Hof, damit wir das da erstmal sammeln, oder nicht? Ne, du kannst zum Beispiel das, was wir jetzt hier gleich abladen, kannst du besser direkt zur Brauerei bringen. Weil die ist ja direkt hier um die Ecke und da hast du auch hier in diesem Sinne die höchsten Preise. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht durch I durchgeschaltet. Doch, das ist standardmäßig so. Was erntest du überhaupt gerade? Äh, was ist das, Gerste, Weizen, ach nee, Weizen sind nicht, ich glaube Gerste. Ich bin zwar Landkind, aber das konnte ich noch nie auseinanderhalten. Ja. So, Tempomat wieder rein. Wir wenden mal weiter. Also es ist so, er hat momentan die Map geöffnet, deswegen ruckelt das ein bisschen bei mir. Also sag mal mal deinen Vornamen, das wäre, glaube ich, ein bisschen einfacher, oder? Patrick. Ja, genau. Und ich bin Christian, wisst ihr Bescheid. Das ist ein bisschen einfacher als immer Minecraft-Dingensbumsen zu sagen. Ja, oder Kirschi, äh, ja und dann hängt es auch schon wieder. Ja, Kirschi reicht doch. Der EOP steht ja nur für das Let's Play. Allererste, was ich mal bei dir gelebt hatte, war Chris. Ich weiß nicht, wie ich auf Chris gekommen bin. Ich dachte immer Chris, LP, hell. Und dann habe ich dich mal gesucht gehabt, nochmal nachgegoogelt, weil ich die Seite aus der Länge geschlossen hatte. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich mal den Verlauf öffnen sollte. Ja, oder einfach Let's Play so mehr, das ist ja mein Kanal-Motto. Und, ähm, ja. Du bist auch gerade ein bisschen leise. Ich hoffe, dass das in den Videos funktioniert. Aber ich bin schon kurz davor, den Sound halb im Windows runterzudrehen. Würde sagen, wenn du hier bist, sollten wir mal eben kurz unterbrechen, um zu gucken, ob alles in der Aufnahmequalität stimmt. Und im Notfall nochmal eben eine Angleichung zu machen. Kann vielleicht aber auch sein, weil ich vielleicht gerade ein bisschen leise geredet habe. Vielleicht so ein bisschen besser oder sowas. Ne, ich habe dich im Skype schon leise gedreht gehabt. Schon ein bisschen. Weil du mir ein bisschen zu laut warst. Also, weil ich habe ja jetzt, ähm, ich habe ja dieses Go-Mig. Und darüber kann ich auch, ähm, Kopfhörer anschließen. Und dann ist das etwas ein bisschen laut. Ich höre mich darüber auch selber, um selber zu hören, ob meine Klangqualität vernünftig ist. Ah, ich sehe dich. Ja, cool. Also, ich bin jetzt bei 47 Prozent von Erfüllung. Kannst du ja mal neben mir fahren. Ich war, ich bin gerade nur am überlegen, wie man nochmal, ähm, ausfahren kann, so. Ich glaube mit Null. Mit Null? Ja, nur mal mit Null. Nee. Oder, nee, B. So, mit B? Ja, mit B ist es. Ja. Ich fahre einfach währenddessen weiter. Kannst du ja dann mal versuchen. Ich bin auf Tempomat 2. Ich muss erst mal neben dir kommen. Ich versuche, schön gerade zu fahren. Ach. So. Ähm, ja, jetzt ist es gerade ein bisschen am ruckeln. Läuft. Ein bisschen sehr. Gerade irgendwie so ein bisschen, äh, hängen geblieben alles. Wir müssen uns auf jeden Fall eine Ballenpresse holen. Und, äh, dann in die, 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 äh, Dingensanlage bringen. Okay. So, pass mal auf, am Ende bleibe ich mal im Stehen. Ich glaube, das kommt besser. Ja, also so nebenfahren habe ich noch nie gekonnt. Ja, das geht eigentlich recht einfach. Ich stehe noch nicht mal unter deinen Hängen. Ich muss noch mal nachgucken. Versuch mal, ist ja ausgefahren. Ja. Aber ich glaube, da muss einer drinnen sitzen, damit er draus geht. Nee, 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 das musst du nicht. Nee? Nee. Ich finde das schade, dass hier diese Giftgasanlage leider, also diese komische, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Also irgendwie hast du die nicht drin, diese Anlage. Ja, jetzt nehme ich auf dieser Map noch so was an, da kannst du dann die Ballen hinbringen und produzierst dann auf Zeit, Geld. Okay. Das ist eigentlich ganz cool. Dein Mähdraschel ist schon leer. Ich guck mal. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, ähm, würden wir mal eben kurz eine Pausierung machen, oder? Ja. Dann bleiben wir genauso stehen und sagen einfach 3, 2, 1 und aus. So, und da sind wir auch schon wieder beim Landwirtschaftssimulator. Die Pause ist eingelegt und es klappt alles soweit, oder? Ja, bei mir habe ich mir auch ein bisschen leiser alles gestellt und jetzt sollte es aber auch klappen. So, wie war denn nochmal die Taste hier? V, ne? Nee, V ist absenken irgendwie. Ähm. Rohr einfahren. Jiiiiiit. Weißt du, Rohr einfahren. Ich würde mal sagen, also am besten ich hole, äh, ich guck mal, haben wir vielleicht noch irgendwas auf den... Ja, wir haben ja noch einen zweiten Mähdrascher, ne? Ein, ja, haben wir noch. Ja, den würde ich verticken und da eine Ballenmaschine für kaufen, den zweiten Trecker ranholen und mit der Ballenmaschine schon mal hier anfangen. Ja, gut, die Frage ist dann halt, wie teuer ist die Ballmaschine, ne? Dann müssen wir jetzt mal... Ja, wenn, dann Quadraballen. Ich schau mal nach. Ja, Quadraballen finde ich auch so am einfachsten, weil es halt eine Ballmaschine dafür gibt. Genau. Die das automatisch dann aufsammelt. Also, der Ballensammler kostet 110.000 und die Maschine selber kostet 120.000. Okay, den Flug kann ich verkaufen, oder? Äh, also ich benutze persönlich immer den Grubber, aber ich hab jetzt, weil ich im Shop war, irgendwie gerade sehr komisch geschnitten. Okay, ich verkaufe mal jetzt den, äh, Flug, hab ich jetzt mal verkauft. 100, oh, das Geld, das müssen wir jetzt erstmal reinbekommen. Also, ich meine, ich kann mal gerne den Mähdränscher und deine Schere dazu verkaufen, den grünen, ne? Ja, den grünen würde ich auf jeden Fall verkaufen, plus das Teil vorne. Ähm, später holt man sich sowieso einfach einen großen. Ja, okay, das Teil vorne. Ähm, den zweiten Trecker aber bitte nicht, den würde ich lieber behalten. Ja, also wir haben jetzt insgesamt 52.000, ne? Damit können wir uns, was können wir uns damit leisten, äh, joa. Ja, aber spätestens, wenn wir hier das Feld langsam abgeerntet haben und du bringst das da alles weg, ne? Ja. Dann spätestens haben wir genug, glaub mir, dann hast du 110.000 ungefähr. Äh, da kannst du auf jeden Fall die Quadra-Ballenmaschine schon mal holen und dann können wir hier schon mal Ballen pressen. Ähm, du könntest ja sonst währenddessen schon mal säen, die Felder rund um unseren Bauernhof, während da... Ja, dann hol ich mal den grünen, ähm, Trecker am besten her, ne? Ja, aber da wolltest du hier mal eine Zeit lang Feld abernten und wie soll ich den holen? Ich, also ich bin jetzt schon drin, ne? Ich meine, ich kann den hinfahren und du, ich ernte dann gleich. Ja, wie du möchtest. Mir ist das eigentlich ziemlich, äh, gleich wie grün. Ja, mir auch. So. Ich hab mal, ich hab mal jetzt hier, ich war aber Gamecom, ne? Ja. Da hab ich ja gedacht, boah, cool, die verschenken hier den Landwirtschaftssimulator 2011, ne? Ja. Ja, verdammt, war das der Neuner. Ach. Da hab ich mir da bohrtet. Das ist jetzt aber eine Abzocke gewesen. Ja. Ja, ich hab mir, wie gesagt, vorhin auch den Livestream dazu angeguckt. Ey, das ist ja chaotisch. Und ich meine, ich hab mir Gronkh mal anders vorgestellt und anders gedacht, was der was macht. Oder was der generell macht. Ja, reine Enttäuschung, ne? Zum Glück bin ich eher so, ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich hingehen wegen ihm und wegen Commanderkrieger und, ähm, naja, zum Glück bin ich nicht hingegangen. Commanderkrieger eigentlich, naja, find ich echt gut, was der gemacht hat. Aber Gronkh? Also Gronkh hatte ich vorher schon. Ich hab ja unter anderem Livestream von dem schon mal gesehen und der hat sich ja schon früher gezeigt, ne? Ja. Also das, ähm, deshalb Gronkh, aber ich hab so, äh, ich find persönlich ja Gronkh nicht mehr so dolle. Ich hab den früher mal geguckt. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ich fand eigentlich den Auftritt von dem sehr beschissen. Ja, ich auch. Also das Ganze, also ich hab mir den Video-Day ein bisschen anders vorgestellt, aber wenn man alleine überlegt, dass die sogar die Moderatoren zu leise waren, einfach. Ja. Ich weiß nicht, was die da verspriziert haben. Naja. Was soll man machen? Das Gute ist, dass du mir deinen Trecker hier gelassen hast. Das heißt, wenn ich gleich voll bin, kann ich einfach mal ihm so wieder leeren, ne? Ja, könntest du machen. So. Da, la, la. Ja, das zieht sich hier ein bisschen am Anfang sowieso, bis man dann später ein bisschen mehr Geld hat, mehr Maschinen hat und auch viele, ähm, Helfer einstellt. Ich würd sagen, wenn wir die Ballenmaschine haben, wäre das nächste so, äh, mal ein größerer Grubber, beziehungsweise ein größerer Sämaschine. Ja, ich frag mich so oder so gerade, warum ich mich hier nicht aufladen kann, meine Sämaschine. Du musst da hingehen, wo die Sämaschinen Samen sind. Ja, bin ich ja. Ich steh ja davor. Dann steig mal aus, ich komm mal eben rüber. Äh. Wie? Ja, bin ich. Ähm. Herdrücken musst du. Ging das bei dir? Hat das bei dir angezeigt? Ja, zeigt er bei mir oben links an. Bei mir hat das nicht angezeigt. Naja, ist jetzt auf jeden Fall gerade in Erfüllung. Und ich stell dir auch direkt ein, was wir dafür brauchen. Also wenn du willst, kannst du weitermachen. Hast du einen Helfer eingestellt? Nö. Musst du schon hin. Fahre ich jetzt weiter? Ja, kannst du machen. Dann würde ich jetzt hier mal eben fürs Säen einen Helfer einstellen. Was finde ich immer sehr langweilig und auch besser als Helfer. Und dann nehme ich den anderen Trecker und werde den mal eben schon mal her, äh, ausleeren. Ähm. Wie macht man nochmal vorne das Ding an? Bei mir dröger. J. J. J, dann senkt er sich und fängt auch an zu sehen. Hast du oben links nicht die, äh, Info drin? Nö, steht bei mir nicht. Okay.